Und gleich das Signal. Jetzt kommt Erling Haaland für Lukas Piszczek. Das mit Spannung erwartete und in vielen Artikeln erwartete Debüt des neuen Mannes. Sancho Haaland. Haaland. Tor. Eine unglaubliche Geschichte. Der ist ein paar Sekunden auf dem Feld. Weil man einen braucht, der Tore schießt, dann kriegt er den Ball in den Sechzehner und macht ihn rein. Verrückt. Von Witze mit der Hacke. Und da weiß ich nicht so genau. Erstmal ist die Fahrdurten. Haaland ist da. Haaland neben ihm. Haaland vorbei. Am Tor war da. Saar und Haaland. Tor abseits. Das gibt's nicht. Das ist das vierte Mal jetzt. Und es ist das Tor. Der Treffer zählt. Erling Haaland macht seinen zweiten. Sie haben ihn geholt, um Tore zu schießen. Er kommt und schießt Tore. Vier. Drei. Na, hat die gelbe Karte gesehen. Nicht Brand, aber der passt. Da ist Haaland. In der Mitte kommt Reus. In der Mitte kommt Reina mit. Haaland. 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 Das ist ein Nährchen in Dortmund. Der kommt zu seinem Debüt. Ist 20 Minuten auf dem Feld und schießt drei Tore. Bisher. Unglaublich. Fünf, drei. Dortmund. Dreimal Haaland. Kurz in der Mitte pepper. Die walks in der Mitte kommt später.